Hallo liebe Leute, heute werde ich Zucchini-Aufstrich machen. Das Gericht schmeckt mir sehr gut, weil ich noch als klein war, habe ich immer das gerne gegessen. Zuerst schneiden wir Zwiebeln und werden anbraten. Man kann grob schneiden, im Endeffekt werde ich sowieso alle Gemüse zusammen pürieren. Als Nächste brate ich Karotten rein. Zuerst habe ich Zucchini als Würfel geschnitten und dann werde ich die auch anbraten. Und jetzt brate ich alles zusammen. In diesem großen Topf. Zuerst werden die Gläser in der Spülmaschine sauber gemacht und dann später kommen die in den Backofen 100 Grad, 20 Minuten um Luft. Gemüse köcheln in dem Topf schon fast eine Stunde. Und jetzt muss man Knoblauch, Zucker, Pfeffer gemahlen, Tomatenmark und Essig reingeben. Bei mir ist nicht Tomatenmark, sondern selbstgemachte Tomatensoße. Aber ich nehme einfach zweimal mehr als Tomatenmark, weil Tomatenmark dicker ist. Alles ist schon drin, alle Gewürze und jetzt werde ich spürieren. Jetzt ist so gelb-grün-orange Masse entstanden und das muss man noch eine halbe Stunde, aber ganz langsam auf Stufe 1 oder 2 köcheln lassen. Ich habe auf 1 gestellt, sonst springt es zu hoch. Na, ruppelt schon. Und man muss natürlich aufpassen, man muss nicht verbrennen, sonst schmeckt es nicht. Und merken wir die Uhrzeit, halbe Stunde so ungefähr lassen. Und natürlich, man muss probieren, vielleicht fehlt Ihnen ein bisschen Salz oder Zucker oder Essig. Da kann man natürlich noch dazu geben. Desinfizieren muss man nicht nur Gläser, sondern unbedingt auch deckeln. 10 Minuten im kochenden Wasser. Und jetzt werde ich die Gläser mit Zucchini-Aufstrich befüllen, aber man muss Geduld haben, langsam machen. Die gekochte Masse ist so heiß, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Und die erste Hilfe, wenn was passiert, das kalte Wasser. Deckel mit Zucchini-Aufstrich sind zugeschraubt. Kalorienarmes Gericht schmeckt gut und Hauptsache lecker und einfach aus eigenem Garten. Das ist so heiß. Genauso mit den hellen Zucchini, das ist so runde Zucchini wie Ball, so ungefähr. Die wird auch so bleiben. Da sind auch pummelige Zucchini helle, aber nicht mehr runde, sondern so ovale. Schauen wir mal wo die Sonne scheint, genug.